Einen wunderschönen Willkommen zurück. Da lag doch gerade was. Zu einer weiteren Folge von Vampire. Moment. T. Elwoods Patientenakte. Thomas Elwood, männlich, alter 28, behandelt von Dr. Tippetts. Zustand genesen. Datum der Anlieferung 16. September. Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung. Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angabe regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündung, Infektion oder Schwellung. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwickelt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom? An Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Was soll es geben? Aber jetzt haben wir einen weiteren Hinweis. Das ist gut. Und wir können ihn retten. Ich habe ein paar, jetzt muss ich mal wieder gucken, wo. Ein paar habe ich, ne? Achso, warte mal. Haben wir jetzt hier, begib dich zur Apotheke. Begib dich zu Mortimer Gospigs Wohnung. Das müssen wir auch noch machen. Und das falsche Ziel finden in den örtlichen Befehls. Das haben wir erledigt. Das müssen wir aktiv machen. So. Aber hier ist der Mord nicht, ne? Nö. Nö. Okay. Äh... Ach. So, sie ist erschöpft. Die können wir auch gleich helfen. Oder ihr, nicht die. Und was ist hier? Hier ist nichts von Interesse. So, ich gebe erst mal ihr was gegen die Erschöpfung hier, ne? Ja, 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 ja. Und Feuer frei. Schlaf ist überbewertet. Hier in dem Drogen. Okay, hier haben wir keine Hinweise mehr. Dann gehen wir mal der Sache nach, was wir eigentlich machen wollten. Wir reden mit ihr. Achso. Hm, ist klar, ist klar. Tell me, Thelma. What do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Mhm. Mhm. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people in this Howcroft. Tja, haha. Die sind schon auf sie aufmerksam geworden. Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Okay, mehr haben wir nicht. Ach, Moment, 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 Moment. Ja, 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 ja. Atti ist gesund. Man ist die gesund. Aber er ist nicht gesund. So, ähm, du brauchst was Entschöpfendes. Dann geben wir ihm mal was hier, ne? So, as long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Ah. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Uh-huh. Tell me what really happened then. I went with a whore. In Ruan. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Oh, that is, is nicht gut. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back, disfigured by the Germans. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here. Just be forgotten. Come on. Come on. Come on. Come on. Ach, fehlgeschlagen. Mist, 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 Mist. Mal wieder so ein Ding, ne? Das Gute ist an der ganzen Geschichte, wir versauen uns nur die, ähm, die, die Bewertung hier, ne? Also, das Blut des EP von, von den Charakteren. Was ist denn hier passiert? Krass. Das war doch vorher nicht da. Aber sie kann nichts dazu sagen. Nee. Was ist, guck mal hier, was ist, was ist, dieses, dieses, mega Menge an Blut hier, ja? Goswig. Wie waren das eigentlich? Der Cox war's auch nicht. Tippets auch nicht. Okay, gut, wir, wir werden jetzt erstmal nach oben. Wir werden das hier erstmal abschließen, weil wir, wir, wir ziehen ja die Quests ja schon Ewigkeiten hier mit uns her. Oh. 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 You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stone, this is very bad news. Bad news indeed. Hmm. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients. At least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Um. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Ooh. Ooh. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please, then. Tell me. Sean Hampton. The man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Pre-Win suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Mm-hmm. Hampton, Hampton. Wie, äh, habe ich das Bild von ihm nicht, äh, äh, im, ähm, im Blick, ne? Äh. Wollen wir mal hier, komm. Rest assured, I will protect you and your staff. McCollum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You, you don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Okay. Okay. Also haben wir, haben wir, ähm, wieder, äh, schon wieder hier was. Sehr geehrter Dr. Swansea, hiermit informiere ich Sie über meine starken Zweifel bezüglich Dr. Thoreau Strickland und den Pfeil von Harvey Fiddick. M. Fiddick wurde nach einem schweren Arbeitsunfall eingeliefert. Wenn man ihn nicht angemessen behandelt, läuft der Gefahr, seinen Arm zu verlieren. Dr. Strickland behauptet, ein medizinischer Eingriff könne den Arm des Mannes komplett heilen. Ich fürchte, dass Komplikationen ihm den Arm kosten könnten. Unser junger Kollege ist ein kühner, experimentierfreudiger Arzt, der in ein paar Jahren zu einem hervorragenden Experten reifen könnte. Doch noch fehlt ihm die Expertise, diese riskante Behandlung durchzuführen. Muss ich Sie an seine frühen Verfehlungen erinnern? Ähm, da Dr. Strickland nicht auf mich hört, empfehle ich Ihnen, sein gefährliches Experiment zu unterbinden. Okay, da haben wir einen neuen Hinweis. Ansonsten ist hier nichts. Okay. Jetzt würde mich... Warte mal. Moment. Ist das nicht... Das ist der Heilige. Deswegen hatte ich den nicht auf dem Schirm. Okay, pass auf. Aber, ähm, ich möchte jetzt erstmal gucken, welche Auswirkungen meine Aktivitäten, äh, haben. Okay, da ist noch einer erschöpft, das ist nicht das Problem. Äh, welche Auswirkungen meine Aktivitäten haben. Ich werde mich jetzt schlafen liegen, weil, äh, die 1900, äh, äh, EP, die müssen ausgegeben werden. Und dann gucken wir mal, wie sich, äh, 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 der Zustand in den einzelnen, ähm, Gegenden, äh, ja, ändert. So, Clown haben 220 Schaden. Wir gucken mal. Äh, wir könnten das nächste koste 2000. Super! Hahaha. Äh, können wir nicht machen. Ja, ähm, vielleicht sollten wir auch nicht so viel machen. 1300, um die Heilung zu verbessern. Die waren tausend, ne? Wut, du verlierst die Kontrolle und entfesselst für kurze Zeit das Biest in dir. Äh, das Biest springt rasend schnell zu allen Gegnern in deiner Nähe und greift sie wuchtig an. Äh, was haben wir hier? Du erzeugst einen Schattenwirbel an den Füßen deines Ziels. Die lebendig werdenden Schatten unterbrechen die Aktion eines Feindes im Bereich und fügen ihnen enormen Schaden zu. Okay, das klingt gut. Und das hier? Ist, äh, du konzentrierst deine Kraft, um das Blut deines Ziels zum Kochen zu bringen, bis es wuchtig explodiert und den Zielen und anderen Zielen in der Nähe Schaden zufügt. Kosten keine. Aber Abklingzeit ist 99 Sekunden. Okay. Ist bei allen hier, ne? Ja. Und das wird sich dann bloß verringern, ne? Ne, bleibt so. Okay. Weil es so eine ultimative Geschichte ist. Dann, äh, hätte ich gesagt, dann wären wir... Das wären 600. Die Blutaufnahme. Ich glaube, die müssen wir nicht zwingen. Ich glaube, eher, äh, Stärke. Das werden wir mal machen. Und das hier. So, ich glaube, dass das ist, äh, äh, besser so. Puh. So, dann gucken wir mal, was passiert in der folgenden Nacht. Jawoll. Deine Taten. So, was ist hier passiert? Da hatten wir ja noch nichts. Und hier? Komm, komm, komm. Hm, wer ist er denn hier? Mason Swanborough. Ach, der war ja noch, äh... Da war Blutarmut. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, ne? Neuralgie. Neuralgie. Vermisst. Ah, ja, 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 ja. Okay. Aber das sieht gut aus. Es ist besser geworden. Es ist besser geworden. Und wir können damit auch ein bisschen mehr machen. Gesund. Die Frage ist, wie oft müssen wir hier nochmal nachdrücken? Äh, werden die dann nochmal krank? Oder eben halt nicht, ne? Äh, ähm... So, warte mal. Wo müssen wir... Finden den örtlichen Ober... Das wäre schön, wenn man hier so Schnellreise machen könnte dann, ne? Das heißt, man muss hier sich immer wieder durcharbeiten. So, Stufe 13 sind wir auch. Äh... Jetzt müssen wir mal gucken, wer hier noch fehlt. Der ist gut, der ist gut, die ist gut. Achso, finde, äh, äh, ja, wo könnten der sein? Wo ist denn die Hauptquest? An den Docks. Okay. Das ist auch nochmal ein ganzer Weg wieder zurück. Äh... Wir werden uns mal... Äh, zu, zu dem, zu dem anderen Ziel begeben, ne? Zu der, äh, Subquest, der Nebenquest. Ich hoffe, das funktioniert alles, wie ich mir denke. Immer dieses Hauchen und so. Hier ist schon wieder neues, frisches Blut. Huch! 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 Guck! Huch! 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 Was? Jetzt aber. Ihr werdet aber auch immer anstrengender, Leute. Das Krasse war, dass die gar nicht aufgetaucht sind. Die kamen so spät. Warum ist denn immer so viel Blut überall? Nee. Toll, kaputt gemacht. So. Hier soll der irgendwo sein. Die Frage ist, wo? Na, 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 na. Was klar. Oh, 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 oh. Oh, oh. Weg mit hier. Was? Ah. Huiui. Okay, langsam habe ich das Gefühl, es wird besser mit den Kämpfen. So, haben wir hier irgendwas? Nee. Da oben irgendwo, hier kann man... Halt. Ist vielleicht eines der Türen hier aufmachbar? Nee. Aber hier rein können wir, ne? Da geht es, glaube ich, lang. Da draußen ist noch was. Halt. Wir brauchen alles Zeugs, was wir kriegen können und finden können. Hm, einer, ne? Sehe ich jetzt. Oder mehr. Okay. Hier waren wir noch nicht, ne? Was habe ich hier? Große... Hä? Was? Was habe ich jetzt gekriegt? Irgendein Sammelobjekt. Ein abgenutzter Privenflock. 15 Schaden. Warte mal. Gewöhnlicher Flock. 18. Und der ist 15. 30, 35 Ausdauer kostet der. Warum sollte ich den nehmen? Weil der dann 20, aber trotzdem, der hat so viel Ausdauer. Oder, warte mal, hier kann ich, was kann ich hier machen? Schockpunkte. Ja, also, weiß ich nicht. Also, da gibt's Dinge, die sehen besser aus als das Teil. So, was haben wir hier? Bericht über Pembroke. Sir, wir beobachten das Pembroke Hospital nun seit zwei Wochen und können Vampiraktivität dort bestätigen. Zunächst haben wir nun Beweise, dass sich eine Blutsauerin im Krankenhaus auffällt. Das Monster ist schlau. Sie verhält sich wie eine psychisch kranke Patientin, um ihren wahren, unheiligen Zustand zu verbergen. Ich schließe mich persönlich ins Krankenhaus und hörte die Kreatur jammern, dass sie Blut benötige, weil ihr Körper verwese. Aber es wird auch schlimmer. Der Leiter des Pembroke Hospital ist Dr. Swansea. Unser Gruppenführerin Amanda Tilton, sie starb gestern bei einem Kampf mit einem Skull am Kanal. Zufolge könnte er Mitglied der Bruderschaft von St. Paulus Stola sein. Wenn das stimmt, könnte in Pembroke etwas Großes vor sich gehen. Vielleicht ist es gar ein Vampirnest. Geschützt von diesen verdammten Stola-Verrätern? Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sind aber überzeugt, dass sie besser schnell mit Verstärkung und schweren Geschützen herkommen sollten. So, damit haben wir damit haben wir eigentlich diese Bedrohung jetzt so hier beendet. So, wo geht es da hinten noch raus? Da geht es auf die Straße raus. Gut, da wollen wir ja nicht hin. Ich möchte ja hier lang. und hier wieder durch. In der Hoffnung, dass wir hier nicht aufgehalten werden. Ah, okay. Gut, wir kommen durch. Dann können wir Thelma Howcroft das jetzt noch mitteilen. Wollen wir mal, können wir hier noch irgendwas herstellen? Zumindest zerlegen können wir, glaube ich, was. Sehr gut. Und was fehlt denn? Das können wir nicht. Da fehlt Lösung. Auch Migräne könnten wir herstellen. Okay, super. Ist hier wieder alles aufgefüllt? Nee, schade. Warum nicht? Hier war doch letztes Mal, ein oder zweimal in Folge waren doch die Sachen wieder aufgefüllt. So wie das hier. Nee, Swansea wollen wir nicht. Wo geht es hier eigentlich hin? Die Tür ist auch nicht, ne? Ich glaube, das wird später erst freigeschalten. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum das hier existiert. Hast du was Neues? Gut. 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 Was kannst du mir über die recenten Komotion im Krankenhaus? Jeder ist Angst. Die Tod hat immer ein freqüter Besitzer. Mörder. Wie können wir das? Als Nürnz in diesem Hospital ist es dein Geil, mit diesen Dingen best du kannst. Ja, bis es mein Geil, Blut über die Wurz haben. Ich habe erst in die Runde. Ich habe gesehen, was das Monster hat das kann ja nur heiter werden. So, wir suchen Hä, wo ist die denn hin? Achso, okay, ich dachte schon wegen dem Ziel, ja. Dass die Kisten alle wieder irgendwo, ich weiß, das ist schön, aber damit verkommt es auch irgendwie zu immer der gleichen Aufgabe. Hier hinten was drin? Oh, ist es locked. Ah, Natriumchlorid. Und hier? Ist es locked. da ist er. Evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, doctor. Warm, rich, vibrant blood. Hmm. I have made inquiries about the men who are tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, doctor, why are they hunting me down? Ciao. It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right and you have served me well mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. time to to proposition in mind. Mm-hmm. Is there anything you can tell me about the recent commotion here? Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. Das spielt ihre Rolle ohne Ende. So, jaja, damit So, das ja. Okay. Haben sich gestritten. Haben sich gestritten. Kann vielleicht, äh, sie todt da draußen ja die ganze Zeit rum. Warte mal. Können wir diese Mahlzeit teilen? Äh, ach, hier, komm. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the skull, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me, if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Oh, sucht sie Anschluss oder was? What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel. Stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather outdoing his master's bidding. Okay. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Okay. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Have you embraced this woman like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia and no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life unless they ask. Okay. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? over the years any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance and though I still thirst for more, I restrain myself. That is a very tough huh? Thank you my lady. I hope to see you again soon. Tja, wir müssen Sean Hamd finden. Die Frage ist, wie schnell wird das passieren? Bei meinem Stil wird das noch ewig dauern. Aber ich mache jetzt an der Stelle ein Folgen Päuschen, denn ja, genau, nee, der ist es nicht. Aber hier ist wieder was. Opium, super, brauch dich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox. Drei bis Drei S Drei bis